Piraten sind ja eine internationale Bewegung, denn viele der Probleme, die die Menschen heute bewegen, lassen sich nur durch eine verbesserte und stärkere internationale Zusammenarbeit überhaupt ansatzweise lösen. Und speziell eben für die europäischen Piraten ist die Europäische Union eine der weit fortgeschrittensten Beispiele solcher internationaler zwischenstaatlicher Zusammenarbeit. Und das möchten wir in Zukunft erhalten und fördern, insbesondere da die demokratischen Strukturen in der Europäischen Union tatsächlich noch mangelhaft sind und weiterentwickelt werden müssen. Und dazu braucht es auch mehr Piraten im Europäischen Parlament.